hallo und willkommen zu einem neuen update video wir schauen uns heute mal meta an meta platforms und gehen hier mal auf den tageschart erst mal hier sehen wir auf dem größeren time frame dass sich meta jetzt entschieden hat einen direkteren bullischen weg nach oben noch mal einzuschließen einzuschlagen das heißt es sollte noch mal ein höheres hoch geben bevor ich dann allerdings mit einem tieferen rücksetzer in einer welle 2 rechnen würde übergeordnet haben wir bei diesem chart ja eine große welle 1 die auch 2012 begonnen hat wir haben eine relativ klare fünfteilige bewegung nach oben dass diese bewegung hat ihr top gefunden im september 21 dann lief doch relativ deutlich nach unten in den november 2022 und jetzt ist es in der tat so dass wir jetzt in der fünften welle dieser welle 1 gerade uns nach oben bewegen das heißt das ist jetzt die welle 1 der übergeordneten dritten welle ja also ist eine sehr sehr bullische struktur die hier ansteht ihr müsst euch aber diese größenordnung erst mal bewusst werden lassen und zwar diese größere welle 1 der übergeordneten drei die hat sich jetzt auch naja also über ein jahr entwickelt das heißt es sollte jetzt demnächst eine größere welle 2 anstehen allerdings sollte er kurzfristig noch weiter nach oben laufen vielleicht in einem bereich 400 dollar 400 dollar plus sagen wir mal erst mal 400 sollte er erreichen in dieser welle 1 jetzt gehen wir auf den kürzeren time frame und wir sehen dass wir seit dem oktober 2022 tief ist der preis hier eben in dieser dreiteiligen bewegung nur nach oben lief dann hatten wir die 4 das war dieses tief im oktober diesen jahres und jetzt bewegt er sich in der welle 5 der größeren 1 nach oben wir suchen ja immer nach diesen fünfteiligen bewegungen und es sieht mir so aus als ob die welle 5 eben eine endende diagonal struktur wird denn es passt eben einfach grundsätzlich zu den unterstrukturen die hier stattfinden schauen wir uns gleich mal an das heißt es sollte schon noch in dieser welle 5 der 1 etwas weiter nach oben gehen nächster struktureller und wirklich relevante struktureller widerstand liegt bei 384 dollar und ja von dieser welle 1 soll das daneben in der welle 2 auch nach unten gehen und zwar relativ deutlich ich nenne euch einfach mal so eine hausnummer sagen wir mal der preis läuft in den bereich um die 414 dollar dann sollten wir in dem im folgenden jahr wahrscheinlich wird es erst noch mal weiter nach oben gehen aber vielleicht so das zweite quartal könnte könnte sein nachdem was wir jetzt sehen können ich kann auch nicht in die glaskugel schauen aber es wäre wahrscheinlich dass wir dann eben einen rücksetzer sehen in den bereich so um die 228 dollar bis 160 vielleicht sogar ein bisschen tiefer das werde ich dann auf den chart bringen nur dass immer so eine richtlinie richtwerte habt ihr jetzt gehen wir mal auf den einen stunden chart und da sehen wir jetzt hier dass in meiner primär zählung der chart hier tatsächlich ein ja vermutlich ein tief in der welle 4 ausgebaut hat wir liefen dann hoch in der welle 1 der übergeordneten 5 haben ein tief gemacht in der welle 2 das war ein trend wende bereich den wir kommuniziert haben in unserem abonnenten unseres aktien paketes seitdem ist dieser chart jetzt auch relativ stark nach oben gelaufen zwar schon 13 prozent und ja hat natürlich nur das 38 2 berührt aber dennoch hat ein bisschen zeit da verbracht ein paar tage ja zwei drei tage in dieser zone 38 2 fibonacci niveau und hätte jetzt durchaus noch mal reinlaufen können kann er immer noch ja es könnte nämlich sein dass das hier nur die a welle war das hier eine hohe b welle aber die überschießt jetzt relativ deutlich dann kämen wir noch mal runter in der c könnten vielleicht sogar die unterstützungszone noch mal erreichen mittlerweile weniger wahrscheinlich geworden gerade auch mit dem ausbruch über dieses 342 dollar niveau und wenn ich mal die fibonacci retracements ansetze die für so eine hohe b welle generell auch akzeptabel sind dann sind wir jetzt schon eigentlich beim limit ja also höher als das 1,38 retracement bei 354 dollar sollte er eigentlich auf keinen fall laufen in der hohen b welle natürlich in der direkten ausbruchsstruktur schon das nun mal zum hinweis das heißt ich gehe aktuell davon aus dass sich hier eine endende diagonale nach oben entwickelt dass wir uns in der welle a der 3 befinden sollte jetzt kurzfristig die b kommen und dann können wir dieses noch mal als rücksetzer nutzen für ein trade in der welle c der drei dann eine 4 und 5 sollte also relativ gut laufen ich kann noch keine unterstützung für die b nennen denn wir haben noch kein ausgeprägtes top das heißt ich kann ja diese fibonacci unterstützungszone immer nur berechnen sobald wir eben ein top haben allerdings wäre eben der invalidierungspunkt hier bei 314 dollar knapp aber dann wäre es halt so invalidierung dafür für die annahme dass die zwei schon drin war aber dann wie gesagt da könnt ihr einfach mal runterlaufen noch ein bisschen tiefer und dann nach oben laufen also wie gesagt aktuell würde ich mich eher also das wäre jetzt quasi die alternative dass wir hier noch mal die welle zwei etwas tiefer resetten dann haben wir ja hier unterstützung bei 291 dollar 80 aber grundsätzlich würde ich erstmal damit rechnen dass die welle b jetzt dann demnächst zurückkommt und dann in der c kann es noch mal höher gehen so eine welle 3 sollte in der regel mal min also aller mindestens die 383 dollar erreichen hier das wäre das 100 prozent extensionsniveau besser allerdings die 1,236 bei 402 dollar idealerweise sogar die 414 bei 1,38 extension bei der 1,13 extension das sind so diese extensions level also absolutes minimum besser aber noch nicht ideal und dann hier das 1,38 extensionsniveau wäre ideal dann noch eine 4 und noch eine 5 und ja dann sprechen wir über 400 dollar plus das jetzt erstmal zur meta hoffe ich hat das video gefallen wenn dem so ist bitte leichter lassen ab und einen kommentar wenn ihr interessiert habt schaut doch mal beim aktienpaket vorbei ist allerdings nur in englischer sprache bisher verfügbar werde es auch zwischen den jahren noch mal ein paar spezielle setups raussuchen die über die aktien hinausgehen die wir dort eben normalerweise auch behandeln und ja ansonsten schönes wochenende frohes fest bis dann ciao ja